Da ist auch noch was zum einsammeln. Symbol von Ravak. Rappenfleisch. Kläbeband. Kläbeband ist gut. Gibt es hier irgendwas oben drauf? Ja, das ist ein Tresor, der zu hacken ist. Aber nö. Tresor hat man ja gesagt. Lassen wir außen vor. Macht keinen Sinn da jetzt drin, großartig Rietzel zu raten. Ich glaube dann haben wir hier mehr oder weniger alles abgegrast. Ich gucke nochmal, ob ich auf der anderen Seite da irgendwas finde. Aber das sah mir nicht danach aus. Oh doch, geht noch ziemlich weit lang. Sehen wir hier noch irgendwas? Da unten waren wir. Ja. Relativ tiefenentspannt. Da drüben ist ein Durchgang. Oh, und hier liegen auch noch ein paar Sachen rum. Trank eines Kriegers. Ah ja, das ist wieder genau das, was ich meine. Es ist einfach zu düsser. Man sieht nicht, wo man hinläuft. Okay. Nur anhand der Items konnte ich jetzt gerade sehen, dass da überhaupt irgendwas ist. Äh, oi oi oi. Hier ist ein Baum, das heißt es wird sicherlich gleich ziemlich weit nach unten gehen. Na, was für ein Glück. Da werden wir jetzt beinahe gerade abgestürzt. Äh. Da geht hier eine Treppe runter. Das sieht mir nachher aus, als ob hier eine Treppe runter geht. Aha. Geld. Holoprojektor. Ein Ritualmesser. Da geht's raus. Es geht los. Wow, 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 wow. Junge. Bleib doch mal ruhig. Atme doch mal durch die Hose. Was ist denn hier los? Eins, zwei, drei, verseuchte. Äh. Ne. Das, äh. Ist jetzt in jedem Fall nicht das, was ich wollte. Alter Pfarrer, Jungs. Jetzt macht mich mal hier nicht schwach. Oh, 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 oh. Das ist mal ganz gewaltig unangenehm hier. Das war jetzt mal heftig. Ich habe ehrlich gesagt keinen blassen Schimmer, wo die Jungs herkamen, müssen ja irgendwo da rumgestanden haben. Anders geht es ja nicht. Aber das war jetzt gerade mal wirklich eine Hausnummer für sich. Da steht noch so einer von den Pfeifen. Also wenn die planbar sind und man die quasi von der Ferne erstmal ein bisschen schwächt, alles easy. Ja die Axt steht erstmal quasi ihren Mann. Wenn die aus der Ferne abgenommen werden können, alles entspannt. Dann ist das relativ entspannt. Aber vier von den Jungs auf einen Schlag, da kommt dann echt Freude hoch muss ich sagen. Okay, mir wird es zu dunkel. Also ich sehe hier kaum noch was und das macht für meine Verhältnisse dann echt überhaupt gar keinen Sinn. Für euch wahrscheinlich umso weniger. Ihr werdet gar nichts sehen. Von daher werde ich jetzt erstmal die Brille putzen. Zu den Klerikern huschen, weil wir haben immer noch mitten in der Nacht. Werde dort mich mal ein bisschen umgucken. Wahrscheinlich auch erstmal schlafen gehen. Damit wir wenigstens ein bisschen was sehen. Ne, das machen wir anders. Wir gehen jetzt in die Bastion. Dort pennen wir. Dann werden wir unser Inventar ein bisschen aufräumen. 23.27 Uhr. Ja, ich sehe mich heute schon um 1 wieder Schluss machen oder um 2. Aber ich hab Bock drauf. Ja, ich hab Bock drauf. Wir haben in jedem Fall ein bisschen Treibstoff eingesammelt. Das heißt, wir werden unser Jetpack jetzt erstmal noch ein bisschen... Okay, I love you. Süß. Ja, wir haben wieder dreimal Jetpack Treibstoff eingesammelt. Das ist gut. Zack. All righty then. Wobei das jetzt gerade irgendwie eine dumme Aktion war. Eigentlich hätte ich ja auch ein bisschen bleiben können. Verdammt. Dawkins soll mir endlich helfen, meine Infektion in den Griff zu kriegen. Stattdessen reiß ich mir ein Bein aus für die Sechs der Macht. Da hat einer richtig Bock. Okay. Dann gucken wir doch mal, was wir alles schönes ins Inventar... Oh. 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 Zwölfmal Albschwert. Und ich sehe gerade auch, sechsmal beschädigte Grotzirxt. Ja. Das könnte interessant werden. Die werden wir gleich mal aufrüsten. also in jedem fall bin ich gerade total überzeugt konstitution stärke intelligenz sehr geil auf jeden fall bin ich gerade mal ein bisschen bisschen überzeugt von dem raketenwerber der hat seinen job echt gut gemacht ich glaube aus der ferne mit ein bisschen zielen macht er richtig bumse die frage die raketen brauchen natürlich immer eine zeit lang ehe sie im ziel ankommen die frage die sich mir stellt granatenwerfer haben glaube ich eine relativ schnelle schuss zulieferung schusszustellung granaten fliegen schneller mhm eventuell wenn wir irgendwann mal einen granatenwerfer finden sollten wir vielleicht überlegen ob wir mit einem granatenwerfer anstelle eines raketenwerpers aber das könnte interessants werden schauen wir mal ok konstitution stärke intelligenz wenn das alles immer so einfach wäre in unserer realen wert in unserer realen welt dann ah mein kopf hoppala diese scheiß infektion wenn ich das nicht in den griff kriege passieren noch irgendwelche dinge mit mir da sagst du was ok wir haben in jedem fall eine ganze menge stuff eingesammelt jetzt gerade wir könnten uns noch drei attributspunkte dazu schummeln schummeln auch sehr geil aber wir gehen erstmal in die schmiede werden erstmal unsere waffen zusammen wuscheln und mit dem schmied einen handel eingehen oh ja wahnsinn das lohnt sich ja mal richtig drei alpschwerter wären 27 credits ein alpschwert ein normales alpschwert nicht beschädigtes wären 338 credits das heißt wir haben ordentlich plus gemacht das finde ich doch mal richtig nice das finde ich doch mal richtig nice so was haben wir hier 100 zu 800 das heißt 300 plus 500 mhm jo lass ich mir fallen und ja oh wir könnten sogar das alpschwert noch verbessern na jetzt wird es ja mal richtig interessant jetzt wird es ja mal richtig interessant weil ne ok wir haben aktuell ja schon ein verb das könnten ja sogar sockeln sich gerade ach ne wir haben ein normales schwert aber das können wir trotzdem einmal mit dem sockel befüllen würde dann nur 4 scharen mehr machen das ist jetzt das elex nicht wert und auch den schrott nicht den wir da reinsetzen würden aber interessant ok ähm dann verkaufen wir den ganzen bumms das wird es in ihrem fall jetzt ordentlich in der kasse klingeln ich will etwas kaufen sicher doch ok ach ne wir sind bei kaufen wir wollen ja verkaufen also gut 4 alpschwerter ring 1352 schön ähm und zwei große äxte ring 1600 ja fast 3000 gewinn gemacht das ist doch schon mal nett und was sagen denn unsere pfeilvorräte noch 558 ok da bin ich enorm auf Nummer sicher gegangen ähm als ich die knapp 1000 pfeile eingekauft habe 800 was das da waren aber hätten wir nicht gebraucht werden aber nicht schlecht also pfeile werden wir sicherlich immer brauchen schön mit crony können wir sprechen über da ist er über die fehlfunktionen der maschinen der kleriker das werden wir jetzt auch tun ich brauche deine hilfe mit ein paar durchgeknackten robots Analyse funksprüche maschinelle einheiten der kleriker zeigen starke anomalien auf ja richtig du hast die fehlfunktionen also auch schon analysiert was ist da los unzureichende informationen benötige datenaustausch mit zentralrechner der kleriker du meinst dieses ding diesen bordcomputer der alten welt kalan positiv eine direkte verbindung mit kalan erforderlich ich bin gespannt was diese antike kasten der alten welt noch ausspuckt ich werde dich zu ihm bringen okay wir haben auch noch eine sidequest mit ihm aber wir haben auch noch eine sidequest mit kaya wir haben so viele questen die wir noch erledigen könnten müssten sollten und eigentlich wollen wir heute auch noch nach morgon scheiß dreck okay aber ähm ja 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 also wir müssen crony u4 eine sache noch momentan machst du mir angst weißt du das ja ich weiß mäuschen ist ja gut ja ich weiß ich sollte dringend etwas gegen meine aussätze unternehmen ich kümmere mich darum sobald ich die zeit dazu finde ich brauche dich nicht mehr halte dich in der bastion bereit wenn du willst gut wir werden mit crony jetzt erstmal zu den klerikern gehen medkarn weil die kleriker brauchen ja jetzt einen crony ein augenblick du bist dann berserker richtig ich frage nicht was dich zu uns führt die gründe gehen mich nichts an und wir kleriker weisen niemanden ab dennoch ist es meine pflicht jeden reisenden auf die herrschende ordnung hinzuweisen keine diebstähle keine schlägereien verstanden du siehst gar nicht aus wie ein kleriker mir wäre eine unserer uniformen auch lieber aber unsere mittel sind begrenzt woher hast du dann die rüstung von unseren kundschaftern sie haben vor einiger zeit einen kampf zwischen ein paar berserkern und morcons beobachtet die berserker waren in unterzahl und hatten keine chance nach getaner arbeit sind die morcons abgezogen die leichen waren ihnen egal alles was unsere leute noch tun konnten war ihnen ein vernünftiges begräbnis zu geben nur wenigstens das unterbrauchten sie ihr zeug natürlich nicht mehr verstehe verschwendung können wir uns nicht leisten aber du bist doch nicht hier um dich über rüstungen zu unterhalten komm ich führe dich herum es ist gerade ruhig da kann ich es mir erlauben meinen posten zu verlassen oder brennt dir noch eine frage auf den nägeln bist du die einzige wache am tor meistens ja abgesehen von unseren kampfmaschinen nur sind die so stör anfällig dass man sich besser nicht auf sie verlässt aber ich will mich nicht beschweren die gewissheit dass durch meine arbeit die anderen in ruhe schlafen können ist entschädigung genug auch wenn das weniger erholung für mich bedeutet wie ist die lage angespannt unsere gemeinschaft steht am scheideweg ein schritt zu viel und wir versinken in der bedeutungslosigkeit hoffnung ist ein rares gut geworden und nicht alle schaffen es sich mit den umständen zu arrangieren zählst du auch dazu niemals aufgeben ist für mich keine option nicht dass wir uns missverstehen ich denke dass wir trotz alle meine zukunft haben wir müssen uns nur endlich zusammenreißen und auf unsere stärken konzentrieren wenn uns das gelingt füllen sich unsere reihen auch wieder auf zeig mir das lager nichts lieber als das bleib an meiner seite ja ich zeige dir zunächst unser habitat dort haben unsere akulyten ihre schlafstätten natürlich kannst auch du dort ein bett beziehen nach einer langen reise genau das richtige such dir einfach eins aus betten haben wir im überfluss sammelt munition die da draußen noch herumliegen haucht und pflegt eure waffen für den ernst frei und wenn es darauf ankommt tut was getan werden muss da sind wir wirf ruhig einen blick rein mir macht es nichts aus kurz zu warten mach ich bin gleich zurück alles klar ok also gut dann gucken wir uns mal das domizil der kleriker an lauter betten oh maler trinke oh und eine truhe ja komm den teller lassen wir auch mitgehen ist doch klar leichtes schloss knacken na dann ab gehts ja ich glaube ich habe vor einer knappen stunde den erlöser verkauft was soll man dazu noch sagen scheiß drauf aber wir bräuchten ja so oder so noch einen dritten so dass das jetzt nicht ganz so ins gewicht fällt aber ein bisschen nervt es mich grad schon ähm da ist eine wache ok das wäre jetzt gerade richtig gut gelaufen ja so sieht er uns noch nö line of sight ist unterbrochen dann nehmen wir doch hier noch alles auf wo ist er jetzt wo ist er jetzt ah hier steht noch ein Tresor aber der Klima ist definitiv nicht geknackt haben wir hier noch irgendwas interessantes jo ein billigstrank 500 erfahrungspunkte lasse ich mich nicht nicht bei bestrafung nehme ich gerne hier die sind die diese die wie sind es ist zu wissen was ist Wer soll denn die Dinger alle aufmachen? Da muss ja einer richtig lange Weile haben, um die Codes rauszukriegen. Okay, soviel zu den Schlafgemächern der Kleriker. Ich glaube, auf der anderen Seite ging es noch einmal runter. Da haben wir jetzt mal hin. Da liegt in jedem Fall noch ein Teller oder irgendwas. Nehmen wir! Achso. Ne. Geht nur auf den Balkon. Und hier geht es nochmal rein. Okay. Dann auch hier nochmal speichern. Wegen Schrott. Knoblauch. Werden wir uns jetzt nicht strafbar machen. Hahaha. Auch wenn wir hier schon so viel eingesackt haben. Irgendwo muss man ja auch die Kirche im Dorf lassen, ne? Ja. Das lassen wir einfach mal liegen. Dann... Weiter geht es mit der Führung. Du hast dir ja ganz schön Zeit gelassen. Ja. Hast du gleich eine Matratze ausprobiert, was? Nö. Naja. Da du ja jetzt ausgeruht bist, können wir weiter. Können wir. Obwohl, warte mal. Es gibt etwas, das ich dich fragen muss. Na dann. Bist du gläubig? Nö. Hm. 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 Warum ist das wichtig? Ist es nicht. Ich bin nur interessiert. Also, glaubst du? Ah, das ist immer so eine schwierige Frage. Nein. Hm. In Zeiten, in denen die Welt ein weiteres Mal unterzugehen droht, kann ich das nur schwer nachvollziehen. Tja. Aber dann wirst du hier einige Gleichgesinnte finden, auch wenn ich das anders sehe. Tja. Im Glauben liegt Hoffnung. Bruder Johannes hat mir das nur allzu deutlich vor Augen geführt. Mit etwas Glück hält er gerade eine Andacht ab. Ich führe dich hin. Okay. Ist nur logisch. Ich sage, dass ich... Meine Frau Zeit ist zwar begrenzt, aber wenn ich kann... Ich sage, dass ich nicht gläubig bin und sie führt mich erstmal hin zum Gottesdienst. Jo. Macht Sinn. Komm. Die Zigaretten nehmen wir auch mit. Oder? Oh, das ist die Zelle sehr. Ich kann auch nicht genau ausgleichen. Oh, was ich zum Beispiel da? Oh, meine Frau. Und ich sehe noch nicht mehr, wie viel mehr. Ich sehe dich ja auch noch einmal. Ich sehe mich. this ist die Zelle. Ich sehe dich an. Eine Brille. Das ist alles klar. Und ich sehe mich an. Ich sehe mich an. Und ich sehe mich an. Es ist eine gewisse, eine Beine Okay, also hier stehen reichlich Resore rum. Liegt sicherlich daran, dass die Kleriker halt die, sagen wir mal, technisierte Kultur von Magalan sind. Abgesehen von den Alps, haben die den Größenbezug zu Elektronik. Dann weiter! Außenstehende verstehen das oftmals nicht, aber ich garantiere dir, es braucht nur eine Woche auf meinem Posten. Ach, achso, okay, das war ein reisender Handler. Direkt nebenan ist im Übrigen die Kantine. Die Auswahl ist begrenzt, aber naja, ich kau einfach länger. Ich kau einfach länger, hier sehr gut. Funktioniert mit Toast ganz gut, ne? Das wird dann süß. Weil die Stärke in Zucker umgewandelt wird. Wir kommen gerade richtig. Hör Johannes zu, solange du willst. Wenn dir die Predigt gefällt, gerne auch bis zum Ende. Wenn du genug hast, gib mir ein Zeichen. Hm. Nö. Brüder und Schwestern, hört mich an. Mir wurde eine weitere Offenbarung zuteil. Wollen wir weiter? Ja. Ja. Was gibt es sonst noch zu sehen? Ich könnte es dir sagen oder dich hinführen. Und da ich genug umstehe, ziehe ich ein wenig Bewegung vor. Weiter geht's. Mir wurde eine weitere Offenbarung zuteil. Eine Botschaft der Hoffnung und des Friedens. Vertriebene nennt ihr euch. Doch habt ihr hier ein neues Heim gefunden. Verlorene nennt ihr euch. Doch weist euch der... Das ist das Kastell der Regenten. Nebendran das Archiv. Während im einen geforscht wird, wird im anderen das erlangte Wissen verwahrt. Beides ziemlich trocken, wenn du mich fragst. Den Besuch sparen wir uns. Wenn ich dich jetzt einen Blick riskieren lasse, setzt du nur Staub an. Komm, wir sind bald durch. Wo kann ich mein Zeug loswerden? Dafür suchst du am besten Vivian in der Händlermesse auf. Du findest sie im südlichen Teil des Lagers. Vom Tor aus links gesehen. Im Großen und Ganzen bist du dann auch schon ein Bilde. Grundsätzlich gilt, wenn dich ein Gebäude interessiert, geh einfach rein und stell dich vor. Einfach so? Solange du niemandem im Weg stehst, störst du auch nicht. Mm-hmm. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020